Ich denke wir haben ein Problem. Diese zwei Geese sind in der Stable, hinter diesem Gebäude. Hey, ihr Leute! Wer lasst dich aus? Wer lasst die Geese aus? Gänse, zurück! Zurück, 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 zurück! Ja, genau. Ja, wir sind hier rausgekommen. Vielleicht rüber geflogen. Running after the cows, running after the geese. Pluto, you can't do the job. Kann man das hier auch machen? Bleib schon ein bisschen weiter, in die Ecke, hier rein. Oder können sie da hochfliegen? Fliegt hoch, los! Alle hopp, alle hopp, alle hopp! Gänse können nicht klettern. Geese, don't climb! Noisy animals! Ja, 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 ja! Perfekt, super! Wir gehen nach vorne noch. Wir gehen nach vorne noch. Wir gehen nach vorne, nach Erde! Ja! A little bit muddy here, this part. Huh? Schlamm! Ja, das sind bloß zwei. Schlamm, schlamm, schlamm. Ist alles kaputt.